Wir müssen wagen, mal was Neues zu machen. Wir müssen wagen, eigene Fehler zu machen. Aber wo kommen wir dann dabei raus? Also da, wo wir jetzt sind, ist Scheiße. Das wissen wir. Wenn man sagt, du könntest in die Sackgasse. Das, was wir im Moment haben, ist noch mehr als Sackgasse. Das ist nämlich vollkommen desillusioniert. Und was wir im Moment haben, ist eine Gesellschaft, die unglaubliche Angst hat vor eigenen Gedanken. Und die sich dazu vergattern lässt, andere die eigene Gedanken haben, auf die zu zeigen, mal gucken, was aus dem wird, auf die einzuschlagen. Wir bringen uns um sämtliche Ressourcen, die nämlich Mut sind. Ja, und dafür, um das zu erkennen, brauchen wir Bewusstsein. Ja, genau. Wir brauchen das Bewusstsein, weil, wenn wir das plötzlich entwickeln und haben, dann kommen wir auch in diesen Prozess rein, dass Menschen anfangen und sagen, der Jepsen ist ja, das ist ja interessant, das ist ja richtig sogar, was der sagt. Denkt doch was Eigenes. Und deswegen, ich kann nur sagen, ich habe kein Problem mit Leuten, die über mich Podcasts machen und so weiter. Aber hast du nichts Besseres zu tun, als über einen Journalisten, einen Podcast, was der alles gemacht hat, der hat mal mit Artima, der ist ein Freund von Putin, ich kenne Putin nicht. Aber ich bin auch kein Freund von Putin, und ich bin auch kein Freund von Angela Merkel. Ich bin kein Freund von meinem Freund, mit dem ich Fahrrad fahre oder Motorrad fahre. Das ist mein Freund. Warum soll ich ein Freund von einem Politiker sein, den ich mal im Saal getroffen habe? Das ist doch absurd. Ja, so. Aber für was soll Putin stehen? Für die bösen Russen und so weiter? Soll ich jetzt wieder Russland angreifen wie meine Großeltern? Was soll das? Habt ihr Journalisten nicht verstanden, wie man euch missbraucht? Ihr sollt dazu beitragen, dass Menschen tolerant bleiben. Das ist der Job des Journalismus, zu zeigen, guck, was es alles gibt. Und wenn jemand sagt, der muss weg, nee, 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 der ist vielleicht anders, ein bisschen seltsam. Aber auch selbst wenn der kriegerisch ist, wir werden nie mit Krieg darauf reagieren. Ja, aber dafür braucht der Journalist eben Bewusstsein. Genau, auch zum Beispiel dich oder Daniele Ganser oder wen auch immer anders sehen zu können. Beziehungsweise um das zu hinterfragen und um eben zu sehen, Mensch, was ist denn da eigentlich bei Wikipedia los? Ja, aber da sind wir ja bei der inneren Pressefreiheit, hat ja Schumann schon gesagt, da endet es ja schon. Wenn du in der Gazette weiter schreiben willst, du bist ökonomischer Pressmann, dann wirst du im Sinne des Blattes. Das heißt, am besten du schreibst über das Thema gar nicht mehr, weil es nicht im Sinne des Blattes ist. Da verkaufen sich Journalisten auch schon. Und das ist ja so, das hat ja Ives Stone schon geschrieben, das hat ja Paul Seete. Wie oft soll man das noch zitieren? Man kann doch nicht sagen, dass wenn man im Journalismus ist, dass man die Grundlagen nicht kennt, dass man Schomsky nicht kennt. Das ist wie, ich bin ein begeisterter Sportwagenfan, aber Porsche sagt mir gar nichts. Das ist einfach Unbildung, totale Unbildung. Und diese Leute sind einfach Bücklinge, die verraten unseren Berufsstand. Nur jeder, der ehrlich und aufrichtig über einen anderen Menschen spricht, in seiner Nachbarschaft, in der er begegnet, ist ein besserer Journalist als der Journalist, der für Geld lügt. Deswegen kann ich das auch nicht mehr kaufen. Ich will nicht sagen, dass alle so sind, aber die meisten wissen genau, wie sie berichten müssen. Das werfe ich an eine Wille und wie sie alle heißen vor. Sag aber, du weißt ganz genau, dass das Käse ist, aber du hast inzwischen einen Lebensstandard und du bist vor allem eitel. Und du willst vorkommen, das ist doch nicht irgendwie gesellschaftlich einen. Du weißt doch genau, dass du auf dem Ticket der Pharmaindustrie gerade fährst. Das macht der Tagesspiegel, macht ein Symposium über den Zustand des Gesundheitssystems. Das wird von der Pharmaindustrie sogar gesponsert. Du kannst doch nicht sagen, dass du neutral bist. Aber dann über Nordkorea reden, dann über Weißrottland reden, dann über die Iran reden. Bist du wirklich anders? Welches Selbstbild hast du? Und das ist einfach so, das ist einfach Lenny Riefenstahl. Nur Lenny Riefenstahl hat wenigstens Qualität produziert, also in ihren Videos. Die waren wenigstens so, dass man sie später kopiert. Das machst du ja auch nicht. Das ist nicht so, dass man denkt, das ist aber brutal guter Journalismus. Das ist Schrott. Das ist einfach Schrott. Und wie dir das nach Relotius und den Hitler-Tagebüchern schon wieder passieren kann. Nämlich über andere schlecht schreiben. Ein gemeinsames Feindbild rausarbeiten. In diesem Fall Ken Jebsen, der Mann mit ausländischen Ruts. Also auch noch Rassismus. Ganz viel Rassismus. Wo ich denke, alter Schwede. Und dann über die Pflastersteine, Stolpersteine brechen und dann noch jetzt wieder Mauerfall. Alles war so schrecklich. Hey, die haben auf Deutsche geschossen. Du schaffst eine Pogromstimmung, damit wie bei Dutschke jemand auf den schießt. Wenn dann ich, der irgendwelche Böller auf die Bühne schmeißt und die Polizei sagt, wir haben zwar den Täter festgenommen, aber das Ding ist ja nicht detoniert. Von da ist ihnen nichts passiert. Was wollen sie denn eigentlich? Das ist das alles. Aber weißt du, ich will mich gar nicht echauffieren. Nein, nein. Ich will mich gar nicht. Sondern für mich ist auch eine Prüfung, dass ich weiß, dass die Menschen tun, diejenigen, die das tun, die haben einfach Angst. Angst, etwas zu denken, was sie denken, wenn sie zu Hause sind und das öffentlich zu äußern. Ja, und Angst, ihr Weltbild zu verlieren. Und das ist interessant, ich habe diese Bücher wirklich zufällig jetzt gewählt, die hier auf dem Tisch liegen. Und ich will jetzt gar kein großes Thema noch aufmachen, weil wir doch schon fast am Ende dieser Sendung sind. Willst du Franz Alt oder Jesus? Nein, ich möchte nur einmal hier, Franz Alt hat in einem Interview gesagt, ich glaube, es war so bei dir, dass er gesagt hat, das Vaterunser, da ging es darum. Und da ging es um diese eine Stelle. Im Vaterunser, da heißt es, und führe uns nicht in Versuchung. Und da hat Franz Alt gesagt, es ist falsch übersetzt worden. Es müsste eigentlich heißen, und führe uns aus der Versuchung. Ja, und führe uns nicht in Versuchung bedeutet, wir dürfen der Versuchung gar nicht erst erliegen. Führe uns aus der Versuchung, was laut Franz Alt die richtige Übersetzung ist, bedeutet, wir dürfen der Versuchung erliegen. Wir sollen sie nur nicht nochmal machen. Und daran sieht man, also das ist für mich so ein kleines Beispiel auch gewesen, wie sehr wir manipuliert werden. Ja, indem man uns eben quasi tatsächlich nicht die Wahrheit erzählt. Ja, aber weißt du, du sollst nicht töten. Das schließt Rufmord mit ein. Ja, klar. Verschießt du, das ist Rufmord. Und was sie machen, es sind Rufmordkampagnen, wie originell. Das kennen wir aus dem Nationalsozialismus, wie originell. Die hätten damals einen Podcast über Geschwister Scholl gemacht, die ganz früher ganz toll waren, ganz komisch dann wurden. Das hat man auch immer, ich war früher ganz toll und dann wurde ich ganz komisch, dann wurde ich Geschwister Scholl. Ich war einfach dann gegen das System. Wäre ich lieber der Hitlerjugend geblieben und angepasst? Ich war nie Hitlerjugend, denn als ich damals beim RBB meine Radiosaison gemacht habe, hat niemand geschrieben, ich wäre toll. Hat niemand geschrieben. Auf einmal im Nachhinein, der war ganz toll. Ey, alter Schwede. Das ist einfach nur schlecht. Und ich kann nur sagen, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Aber gut kann es sich nicht anfühlen. Weil wer lobt dich denn da eigentlich? Für wen machst du das? Bist du so armselig, dass du dann irgendwie die goldene Hände bekommst oder irgendwie den Grimmelpreis und heute jeder Depp bekommt und sagst, ich bin toll. Du weißt doch, dass du eine Auftragsarbeit ablieferst, damit du deinen nächsten Job bekommst. Das weißt du doch einfach. Und das habe ich eben nicht nötig. Damit wirst du bestimmt nicht glücklich, weil eins ist ganz sicher. Es gibt ja den einsamsten Moment im Leben eines Menschen, wenn er abends allein im Bett liegt und auf die Decke geguckt. Und sich fragt, sagt man, das, was ich heute gemacht habe, würde ich das auch machen ohne Zeugen? Nee, bei den meisten nicht. Weil ich habe es nur gemacht, um irgendwie zu gefallen, um zu meinen Brötchen zu kommen oder irgendwie meine Orientierungslosigkeit zu bekommen. Und ich kann nur sagen, ich habe diesen Moment auch und ich würde das, was ich den ganzen Tag tue, auch ohne Zeugen tun. Ich bin jetzt nicht gegen das System oder für das System oder laut, damit Leute bemerken und sagen, so wäre ich auch. Ich nehme das nicht so wahr. Ich lebe mein Leben. Das Leben ist für mich keine Arena. Aber ich sage, mit euch nehme ich es auf. Es ist kein Wettkampf. Es ist kein Wettbewerb. Und was ich in den letzten zwei Jahren gelernt habe, ist, aus dem Wettbewerb mit mir selbst rauszukommen. Darum geht es. Weil ich bin schon jemand, der gerne auf dem Gas steht. Und hinter wie vielen Yachten willst du noch Wasserski laufen, sagt ja Norman Gecko in Wall Street 1. Wie viele Leute willst du interviewen, bis es auch dir reicht? Ich habe abgeliefert. Und dabei ist es, damit Papi mich sieht. Papi sieht mich nicht. Ich kann aufhören, dass Papi mich sieht. Ich kann damit aufhören. Ich bin nicht mehr im Wettbewerb vor Papi. Ich bin nicht mehr im Wettbewerb mit mir. Es geht um was. Im Journalismus geht es um was anderes. Um was? Es geht darum, Menschen zu treffen und zuzulassen, dass sich etwas ergibt, was du vorher nicht geplant hast. Was ist? Ich weiß, es ist unterschiedlich. Darum geht es. Es geht um diesen magischen Moment, den du vielleicht bei Florian Homm gespielt hast. Darum geht es. Und dann habe ich gesagt, hat sich das Gespräch dahingehend gelohnt? Und ich bin weise aus dem Gespräch rausgegangen, als ich reingegangen bin. Viele andere mit. Das sollen wir leisten. Das ist aber nichts Neues. Das ist nichts Neues. Das haben vor uns andere auch getan. Wir tun es bloß für unsere Generation. Deswegen sage ich immer, wenn alle Leute sagen, ja, Journalismus ist ganz schwierig, ist es nicht. Journalismus, habe ich mal definiert, ist Wissen, wo man anruft. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kommst du hier zur ganzen Sendung und dort zum Hauptkanal. Ich freue mich auf dich. 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 Bis zum nächsten Mal.